So Leute, so Leute, da sind wir auch schon wieder. Okay, hier kommen wir nicht. Wir müssen zu dem Weg rauf. Das könnte gehen. Hilf mir mal bitte. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Über die Balken kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Ja. Bitte. Hey, Leute, du gehst. Leute, du gehst! Ja. 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 Jetzt komm. Okay, okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Ah, hier. Da müssen wir auf ihn warten. Hm, auch nicht. Okay. Okay, hier ist nichts. Nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen. Komm, 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 komm. auch du hast so genommen man das war knapp keine Donuts mehr für dich nochmal du bist oben Ich bin hinter dir, wie immer. Da ist einer über dir, über dir. Einer unter dir, einer unter dir. Einer unter dir. Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Unter dir ist eine Wache. Du! Fast geschafft. Ja. Aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Vielleicht? Ja. 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 Ah, Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ah, braves Mädchen. Okay. Alles klar. Ladies first. Haha, nett. Auf geht's. Ah, da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Kahn. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz. Es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das kannst du sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Shintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo Fan Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Shintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend. Aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist. Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt zieh's endlich ein. Das war's für dich. Äh, äh, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Ja. Wachen wir. Die Wachen brauchen doch einen. Wachen wir. Die Wachen brauchen doch ein. Verdammt, Flynn. Was ist das? Nein, 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 zeise, das war's. Okay, okay, denk nach, nee, denk nach. Hey, was machst du hier? Mist, tot. Ich glaube, ich dachte, es ist zu hoch und ich breche mir die Knochen. Okay, okay, denk nach, nee, denk nach. Hier geht's lang. Oh! 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 Der Gulli war es. 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 Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir fünf Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur fünf Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Ich denke gleich da. Okay. Ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Und jetzt sind wir schon richtig im Spiel drin. Okay. Fließender Übergang. Auch nicht schlecht. Jo Leute. Wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten. Dann würde ich jetzt erstmal mein Zwischenfazit abgeben. Zum zweiten Teil. Und halt wir nachher beim dritten Teil auch nochmal. Und dann nochmal. Gesamt. Also der dritte, äh der zweite Teil fällt mir jetzt schon. Vom Anfang her. Weil man gleich wieder Rinn geschmissen wird. Ich mag das. Man sieht auch wieder, dass die Grafik sich hier wiederum ein Stück verbessert hat. Der Sound war beim ersten Teil schon gut. Der ist hier genauso gut. Wenn man Pistolen oder vor allen Dingen mit diesem, mit diesem, äh mit dem, ach Mensch, mit diesen, mit diesen, äh Pfeilen, die ja die Pistole hatte. Und ich die, also finde ich sehr gut. Finde ich wirklich sehr gut. Also kann man echt nichts Negatives sagen. Ich bin da jetzt gerade auch, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, ich müsste eigentlich von vorne anfangen. Aber jetzt reizt mich hier, das auch hochwertig zu spielen. Das ist halt immer dann halt so doofe. Also mal am besten, wenn man die Collectors holt, mit 1 anfangen, gar nicht 2 oder 3 anfangen, gleich 1 anfangen, wenn man es noch nicht durch hat oder allgemein noch nicht gespielt hat. Sonst kommt man zu sehr in Versuchung, die anderen zu spielen, weil die Spielmechanik hier auch wieder sehr flüssig, sehr leichtgängig von der Hand geht. Das Einzige, wo es ein bisschen tricky war, mit, äh, mit dem Hangeln da vorhin, äh, mit dem, ach Quatsch, mit dem Hangeln, mit der Deckung, dass er da das nicht gleich machen wollte oder nur zögerlich gemacht hatte. Aber sonst, alles bombastisch flüssige Laufen. Ja, ich bin jetzt schon gespannt auf den dritten. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich im dritten Part, äh, im dritten Spiel. Dann werden wir auch wieder so 2, 3 Parts machen und dann werde ich nochmal ein extra Video machen mit der Bewertung. Da werde ich euch auch nochmal, äh, so ein bisschen was zeigen und so. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.